Als die meisten Fahrer am Freitagabend in Bogatinia eintrafen, wurden sie von Regeln überrascht. So waren die Meinungen geteilt, ob dies nun für das erste europäische Gastspiel des Echt-Enduro-Cup der Saison positiv oder negativ ist. Bereits nach der ersten Runde des 4-Stunden-Enduros waren aber die Gesichter alle positiv gestimmt. Die Runde, die von den polnischen Sportfreunden abgesteckt war, fanden alle positiv, denn es waren viele technische Enduro-Passagen eingebaut, aber auch schnelle Abschnitte. Erstmals wurde auch ein längeres Steinfeld in einem künstlichen Wachbett gefahren, was sogar etwas Rumänien-Flair aufkommen ließ. Die Fahrer des 4-Stunden-Enduros konnten sich am Sonntag sogar noch über eine zweite Startmöglichkeit freuen, denn für sie war es ein Doppellauf. Die 3-Stunden-Fahrer durften dagegen nur am Samstagnachmittag auf die Runde. Das Ecken war mit der Teilnehmerzahl zufrieden, nach zögerlichem Start der Online-Menü war vor Ort noch ein gutes Fahrerfeld zusammengekommen. In der höchsten Klasse 4 gingen beim 4-Stunden-Enduro diesmal die Siege an den Gastfahrer Sebastian Stüge und am Sonntag an Lutz Schmidt. Da Schmidt am Samstag zweiter wurde, konnte er mit der vollen Punktzahl aus dem Nachbarland zurückreisen und damit wohl auch die Tabellenführung übernehmen. Der bisherige Tabellenführer Martin Kradorf war in Polen nicht am Start, aber auch in einigen weiteren Klassen gab es Doppelsiege, so setzte sich in der E1 Clemens Vogt an beiden Tagen durch. Jeremy Drechsel war der Schnellste in der E2, Lenny Peukert in der E3, sein Vater Daniel Peukert in der E7 sowie Youngster Louis Beck in der E9. Über Einzelsiege in der Damenwertung freuten sich Susanne Fischer und Lisa Thierbach. Patrick Schwinge und Marco Ott bei den Jungen, Senioren und in der Teamwertung Juga Enders sowie Schilber Frenzel. Die 3-Stunden-Fahrer durften sich am Samstagnachmittag auf der gleichen Strecke austoben. Sie bekamen fast perfekte Bedingungen sehr schön. Trotz des für die ungewohnten Renntages am Samstag waren viele ins östliche Nachbarland gereist. Dennis Brause siegte in der Enduro 4 vor Ricardo Rechtenbach. Rechtenbach absolvierte ein Mammutprogramm, denn er war bei allen Leuten am Start. Auch für den Sonntag fand er genug Motivation, die ihn auf das Podest brachte. Der Echt-Enduro Cup geht nie in die Sommerpause. Weiter geht es am 13. und 14. August im tschechischen Drimul. Dort haben die Fahrer des 3-Stunden-Enduros eine Doppelveranstaltung.